Guten Morgen! So... Heute mal mit dem Screen offen. So. Insofern mit dem Inventar offen. Sowas. So, wie ihr Video merkt. Klingt doch nicht so einen guten Tag. Ist heute auch wieder ein Regentag. Das weiß ich nicht. Ich seh die ganze Nacht. Ne, scheint nicht so aus. Die Sonne scheint. Schatz ist wahrscheinlich draußen. Gut. Guck ich mal schnell... Wir machen heute... Lass mal tun wir das Inventar hier sortieren. So. Dann machen wir heute... Und vielleicht Golderz? Hm. Ich mach noch ein bisschen Kupfererz. Ach, ich verpack einfach das ganze Kupfer. Dann können wir schon wieder irgendwann farmen. Wenn Clint was möchte gehen. Mein Baby, geh mal weg da. Bitteschön. Ist das die Mama durch? Super. Hallo Schatz, ich habe den Morgen damit verbraten. Halte, Zolle zu reparieren. Danke Schatz. Super Schatz. Hä? Das ist schwierig zu erklären, aber ich bin lieber drin. Vielleicht bin ich einfach nur mal in dunklen Keller gewohnt. Na, ich kenn das Schatz. Danke, Caroline. Danke du Ding. Ach ja, warte. Lass mal den Müll hier wegmachen. Müll haben wir einmal das hier. Dann haben wir einmal das hier. Dann haben wir einmal das hier. Auch nicht. Auch nicht. War's das schon? Jo, schaut fast so aus, als wär's das schon gewesen. So. Gucken wir mal das Zeug ein bisschen ein. So, mehr geht nicht ins Inventa. Fischi aufräumen. Oh nein, das kann ich noch nicht. Ich nehme erstmal Fischi aufräumen. Eins nach dem anderen. So, Fischi weg. Super. Silbernen Fischis. Silber Fischi. Gibt's sogar. Ich war gerade erst aufgefallen, als ich es gesagt habe. So. Mein Kind steht wieder im Weg. Ah, das machen Kinder halt einfach. Ist halt so. So. Macht man das mal. Ach so, warte. Ja, so. Vier. Das mitnehmen. Oh, so viel habe ich sogar von diesen Eisenbahnen. Krass. Wusste ich gar nicht. Warte mal, da konnte ich doch irgendwas bauen mit den Eisenbahnen. Hm. Da brauche ich. Für den robusten Ring brauche ich Kupferbarn. Hm. Hier. Gefrorene Träne 10. Kohle 25. Eisenbahn 10. Gefrorene Träne. Kupfer. So. Aha. Kohle. Super. Das sollte man sehen. Dann bauen wir nochmal einen Ring. Hm. So. Der macht durchflutete Träge mit Kriegerenergie. So. Hm. Hier brauchen wir Goldbahnen und Eisenbahnen und einen Diamanten. Diamanten. Goldbahnen. Super. Jetzt sind die auch wieder weg. Mit. Hm. So. Wir haben den Ring von Joba. Das finde ich auch nicht so schlecht. Den haben wir schon. Dann brauchen wir noch Kupferbahn. Ja. Aber so viele Kupferbahnen kriegen wir jetzt nicht. Hm. Tja. Müssen wir erst was anderes machen. So. Und ansonsten haben wir dann schon fast die ganzen Ringe. So. Welchen trage ich denn hier? Erhöht den Radius von Aufnehmen. C.G. Gestande an. Ich glaube dann nehme ich hier Schütz den Gelegenheit von den Gänzchen. Das klingt doch super. Von Schaden. Hm. So. War das nochmal weg? So. Das kommt auch weg. Äh. Das kommt weg. Dann kommt hier noch was. Achso. Stimmt. Die Diamanten wollte ich auch mitnehmen. Gut, dass ihr mit rein ist. Ja. Ähm. Das kommt noch weg. So. Mal kurz warten. Damit das fertig ist. Damit ich das schnell mitnehmen kann. So. Und dann kommt hier nochmal das da rein. Hm. So. So. Nein, 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 nein. Nicht da rausgehen. Böse. Hm. Dann gucken wir mal hier. Guckt's gut aus. Da haben wir auch ein bisschen Holz. Das muss weg. Weg mit dem Zeug. So. Weg damit. So. Sehr schön. Wird doch schon alles. Wir machen. Kirschmarmelade. Jo. Warum nicht. Hm. So. Sehr schön. Dann. Machen wir. Da ist noch nichts fertig, oder? Nö. Ein bisschen reinschauen. Da sollte auch noch nix fertig sein. Oh, da ist ein Holz. Das muss weg. Ja. Das ist auch nix. Na, mal hier die Dinger. Genau. Mal weg. Kristallarium können wir leider keine bauen. Naja. Das ist halt so. So. Mit jemanden. So. Ich muss mir noch mal anders da bauen. Mal hier entlang. Da war man nämlich auch noch nix. Den Rest sauber. So. Dann weg damit. Super. Mal hier noch was. War das ein Unkraut? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist ein Unkraut. Das ist ein Unkraut. Sonsten sehe ich hier nix mehr. Oh. Warte. Da ist was. Da ist ein Baum. Der gehört hier nicht hin. Das gehört da auch nicht hin. Das ist nix mehr. Jo. Gut. Alles schön sauber. Warte. Da ist was. Das gehört hier auch nicht hin. So. Jetzt warte. Das ist da auch noch eins? Nö. Ich dachte schon. Gut. Dann kommt das hier noch weg. Sehr schön. Oh. Hier haben wir schon wieder ein Holz. Jetzt. Ha. So. Das ist auch schön sauber. Da liegt sonst auch nix. Gucken wir mal da rein. Ah. Da ist schon wieder so viel Zeug fertig. Ich glaube dann ernte ich mal erst hier die Bäumchen. Die sollten hier irgendwie zum Entag passen. Was? Warum werden die noch nicht groß? Ach. Ach. Das ist einmal wegen der Lampe glaube ich. Und einmal wegen dem anderen Ding. Hm. Jetzt haben wir das ganze Metall voll. Gut. Dann wissen wir das schon mal. Dass einmal das Ding da stört und einmal das Ding da stört. Das ist ein bisschen blöd. Na ja. So. Geben wir erstmal das Ding. Hm. Ich muss die Früchte abgeben. Dann muss man die anderen zwei Dinge wegbauen. Weil die leider im Weg stehen. Hm. So. Äh. Das kommt weg. Das weg. So. So. Ja. Jetzt ist wir doch frei. Ne? Jo. Oh. Da sehe ich auch schon wieder was, was nicht hingehört. Wünsch, dass ich immer so viele Sachen übersehe. Hm. Ja gut. Passiert. So. Nein, 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 nein. Geht nicht da raus. Wie war das damit? So. Warte mal. Da kann ich mal ein bisschen durchstreicheln. Hier. Gell. Super. Muss schon mal alle da sind. So. Ja. Sehr schön. Sieht heute glücklich aus. Das ist schön. Ah. Ich sehe gar, die hat nichts mehr zum Fressen. So. Ja. Ich bin mal gespannt. Vielleicht passen die noch trotzdem drin. Das Foto glaube ich zwar nicht, aber... Naja. Es besteht die Möglichkeit. Also. Dann... Aha! Jetzt fällt mir was ein. Das müsste ich auch mal ausprobieren. So. Moment. Jetzt nach dem anderen. Ich hab' nicht gehört. Das... Man kann nämlich was ausprobieren mit Gras. So. Man kann das mal platzieren, wo es nicht weggefressen wird. Wenn man das... ...unter... ...ne... ...ding inspiziert. Äh. Nen Zaun. Das ist jetzt zu viel Zeug. Die passt gar nicht in den Tal. Oder noch irgendwo. Na, 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 na. Ich hab' hier keine mehr. Super. Also. Keine Wulle mehr. Hm. Gut. Eins nach dem anderen. Jetzt kann man was noch verkaufen. So. Dann machen wir uns mit. Dann packen wir hier etwas wieder rein. So. Sehr schön. So. Weg damit. Ach ja. Warte. Das behalten wir noch schnell. Hm. Was brauchen wir für die Fässer? Hm. Joa. Dann... ...packen wir mal den Käse weg. Können wir nicht irgendwann wieder Käse machen? Weil wir wieder genügend haben. Da haben wir ein paar Fässer. Acht Fässer sollten wir rauskriegen. Passen noch nicht alle in das Inventar. Warte. Achso. Nö. Geht aber nicht. So. Das ist mal weg. Hm. Das Zeug da braucht man ja auch nicht. So. Sollten wir auf jeden Fall schon mal Platz haben. Gut. Haben wir dann alles um Fässer zu bauen. Schaut fast so aus. Und dann ein paar Fässer mehr. So. Kann man klein bisschen was rauswerfen aus dem Inventar, was man nicht brauchen. So. Wunderbar. Das verkaufen. Und dann das Zeug noch mitnehmen, was da noch drin ist. Ah. Passt noch nicht alles rein. Super. Verkaufen halt als erstes. Das verkaufen wir. Und das verkaufen wir. So. Geht doch. Da kriegen wir vielleicht auch wieder ein bisschen Geld. So. Mal schauen, wie viele da noch fehlen, wenn wir die alle aufgestellt haben. So viele werden auch nicht mehr fehlen. So. So. Ich dachte, ich hätte schon wieder welche aufgestellt. Anscheinend nicht. So. Da drüben noch. Na ja, hey. Immerhin. Immerhin ein bisschen. So. So. Ist interessant, dass hier halt wirklich da der Weg ist. Wo man dann... Äh. Ja. Und wo die Dinger halt sind. Achja, ich wollte das eine Ding auch noch wegmachen. Und wo halt das Gras ist, meine ich. Dieser spezielle Punkt. So. Das hier einsammeln. Die anderen zwei Dinge muss ich woanders hinstellen. Währenddessen. So. Kriegen wir davon auch wieder Geld. Was auch super ist. Und das hier packen wir mal. Fertig mal unten hin. So. Zum Beispiel hier. Super. Und die Lampe packen wir... ... ... ... ... ... Damit ichs nicht vergesse. Steht zwar ein bisschen im Weg, aber... Jo. Da kriegen wir schon hin. So. So. Hier wieder durch. Mx fertig. Aber wir könnten bestimmt schon die Dinger mitnehmen. So. Hier einfach das mit dran. Dann kann das auch schon mal fertig werden. Kann man hier irgendwas bekommen? Mal schauen. Ich glaube, ich komme zu spät zu Pierre. Will ich nicht gleich loslaufen? Macht der um 5 Uhr oder um 4 Uhr? Ich laufe mal schnell kurz los. Gehen wir gerade noch einen Platz, super. Nein, 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 nein. Du dummes Huhn, du. Böses Huhn. Ja, und das habe ich gerade nicht dabei. Das ist doof. Hm. Also ich habe schon dabei, aber ich kann gerade nicht. So, kurz zu Pierre. So, hallo? Nein! Ich war zu spät. Oh mein Gott! Eine Sekunde zu spät. Hm. Na ja, gut. Dann nehmen wir halt doch das mit die Würmchen. Mal gucken. Vielleicht ist es ja das, was ich brauche. Das wäre nett. Das ist nicht das, was ich brauche. Hm. Wie doof. So. Ah ja. Ja, ist ja gut. Ich kann das dann noch nicht mitnehmen. Tut mir leid. So. Einmal hier ein Ei rein. Damit ich noch ein Dinosaurier kriege. Ja. Super. So. Gab es da noch mal irgendwas zu verkaufen? Genau. Damit ich wieder Platz habe. So. Einmal hier. Das hier zu verkaufen. Und das hier. Ja. So schaut's gut aus. Hm. So. Ach ja, oh. Und das Ei kann ich auch verkaufen. Das ist Dinosai. Das ist Dinosai. Dinosaurier Ei. Nicht Dinosai. Perfect. Und ich mal. Ich finde den gar nicht so blöd an dem Baum. Hm. Das ist aber natürlich sehr schön. So, haben wir das auch schon fertig. Oh. Dann packen wir. Ach, denk mich. Der ist ja eh schon oben. Darum nicht. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Darf ich durch? Danke. Zwei. Drei. Ja. Ne, Matar sauber machen. Fünf. Äh. Darf ich durch? Darf ich durch? Aaaaah. Deck mich. Was soll das? Äh, glaube ich. Ich könnte durch die Kuh durchlaufen. Gut. Sehr schön. Weil aus der Schwein kann ich nicht durchlaufen. Hm. Ein Trüffeldingens hier. So. Schaut auch wunderbar aus. Geht doch. Gut. Dann gehen wir noch zu den Hühnchen. Ist halt jetzt doof, dass die alle da sind. Hm. Ja. Warum nicht? Ich versuch zu schlafen. Ist ja okay. Es tut mir leid. Ich versuch zu schlafen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Ja. Ist ja okay. Mensch. Da auch nichts dafür. Ihr seid nur alle im Weg. Ich streche euch alle aus Versehen. Ist keine Absicht. Als ob ich jemanden mit Absicht streicheln würde. Also. Hier nochmal ein Ei. Da nochmal eins. Super. Da eins, zwei, drei. Da nochmal. So. Jetzt bleiben alle stehen. Ich möchte hier die Eier noch eins sammeln. Ja. So. Und dann geht das nicht mehr. Das geht nicht mehr. Was? Schon wieder das Inventar voll. Sehr doof. Hm. Okay. Und ja. Na dann. Komm ich dann gleich nochmal rein. Und hol dann nochmal das Ei. Hm. Erstmal hier wieder verkaufen. Das hier zum Beispiel. Und das hier. Und das hier. Das Eichenzeug kann ich jetzt wegpacken. Da ich ja schon die Dinger gebaut hab. Hm. Was ist denn? Da. So. Ich nehme hier mit. Wunderbar. Dann machen wir wieder Gold. Hä lol. Ich habe jetzt nur noch so wenig. Krass. So wenig. Wie heißt's? Kohle. Genau. Mensch. Auf jeden Fall im Reverb. Tut mir leid. So. Ich mach vielleicht nochmal einen Slime. Nein. Stopp. Halt. Stopp. Ach. Leck mich. Wenn ich das nicht so wie ich's haben möchte. Gut. Machen wir's so. So. 100 brauchen wir. So. Ich mach das da rein. Ich mach nochmal ein Slime-Ei. So. Und dann kriegt unser Slime-Kumpel. So schön. Ich bin nett. Und ich bin doof. Ich hab vergessen das eine Zeug wegzuräumen. Mensch. Ach ja. Oh. Scheiße. Nein. Nein. Aua. Oh nein. So. Wunderbar. Winger. Wir sollten auch mal wieder den Wein fertig haben. Hm. Mal schauen. So. Ich mach mal die Käse weg. Ja. Ich lauf auch immer überall rum. Voll ohne Platt. Ja. Tut mir leid. Hm. So. Ich hab immer so viele Sachen im Kopf. Manchmal denke ich mir so wie Leute spielen oder so. Und das, ja. Sagt auch relativ viel über die Persönlichkeit der Person aus. So. Mal schon mal die drei Dinger. Das heißt, die anderen Ding ist auch fertig. Ja, das ist ja schon fertig. So. Ups. Nein. Nein. Ich hab grad den Käse weggepackt. Jetzt kann ich ihn schon wieder wegpacken. Super. Hm. Hier. So. Wolle. So. Mal wieder zumachen. Muss ich mich mal daran erinnern, dass ich jetzt zumache. Schade, dass das nicht automatisch geht, so wie in Minecraft. Was war das ein? Danke. Jetzt haben wir da noch ein Ei. Ja. Natürlich. Da. War das Hohn doch vorher schon. Da bäh ich mir das Geld nur ein, dass das da grad hingelaufen ist. So. 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 Hier eins hängen. Da noch eins. Haben wir noch ein Ei? Ja. Da hast du noch zwei Eier. Gut. Passt doch. Sehr schön. Kann man wieder ein bisschen was verkaufen. Hier wird noch ein bisschen Geld reinkriegen. So. Das ist auch noch mal weg. Dann wird das schon. Gernoste? Ja. Alles schön aufgeräumt. So muss das. Hm. Packen wir kurz noch mal den Käse weg. Ja. Ich lauf hier gern rundher und pack den Käse weg. Ich hab gern ein aufgeräumtes Inventar. Ja. Nur so nebenbei. Hätte ich da nicht noch irgendwas? Nö. Das hier da rein. So. Und hier ein paar Algen noch mit rein. Schön. Ach ja, den Köder von Linus wollte ich auch machen. Ich muss das da auch reinpacken. So. Und dann. Dann mal hier ja Blumenkohl. So. Dann mal da das da rein. Sehr schön. Und dann kommt einmal hier Müll rein. Die Müllkiste. Und jo. Schaut auch gar nicht so schlecht aus. Was brauchen wir noch mal für den Köder von Linus? Bevor ich's vergesse. Da. Fasern, Käferfleisch und Schleim. Käferfleisch. Das hier. Und Pflanzenfasern. Da. So wie Pflanzenfasern haben wir leider gar nicht. Brauchen wir die noch für irgendwas? Pflanzenfasern. Dafür brauchen wir die viel Feuerschade. Hm. Ja. Platz. Was? Dann kriegen wir schon wieder irgendwo her. Gut. Passt schon. 60 sollten wir reichen. 60. Wir brauchen nicht mehr herstellen. Aber naja. Ne. Zeig einfach mal so. Ja. Passt. Vielleicht, das war verkehrt. Gut. Zieht alle Fische an. Wow. Was ist eigentlich hier? Erst Fische ihr anbeißen muss zuerst an. Okay. Machen wir's so. Na gut. Dann haben wir noch mal die Brüderdinges, hätte ich gesagt. Äh die. Wie heißt das? Ihhh. Nicht Köder. Dünger! Sowas genau. Dünger, Düngens, Quartets, Dünger, Fisch und Harz. Gut. Machen wir dann kurz. Machen wir das mal mit. Dann können wir euch Dünger auch gleich nochmal herstellen. Hier der Wunfisch. Es reicht 5. Überall. Mehr brauchen wir nicht. Sattine. So. Rotbarbe. Dann werden wir gleich mal sehen wie viele Grütungen wir da herstellen können. So. Da auch nochmal. So. Hier wunderbar. So. Wunderbar. Nein, nein. Da. Zwei. Ne. Komm mal wegpacken. So. Echt. Oh nochmal. Krass. Wie viele Fische wir halt haben von manchen Arten. So. Fünf. Super. Dann gehen wir die mal kurz bearbeiten. Da. Gott. Die Dünger. Ja. Toll. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel rauskommt. So gut. Dann mache ich hier noch was. Muschel. Da können wir nichts draus machen. Hm. Da fängt grad auf, dass ich die Muscheldinger da... Die haben wir ja hier drin normal. Das heißt, die können da auch weg. Okay. So. So. Und die brauchen wir nicht. Die können wir verkaufen. So. Die Fischi. Wieder ein bisschen was. So. Da da da. Pam. Pam. Das ist auch ein Fisch. Weg damit. So. Hier nochmal. Gut. Für den normalen Fisch haben wir da auch viele Null. Immer eine Krabbe. Da haben wir eigentlich zu viel. Da haben wir uns zu viel. Ich hoffe jetzt haben wir überall. Fünf oder weniger. So. Dann machen wir nochmal hier. Qualitätsdünger. Qualitätsdünger. So. 180 Qualitätsdünger. Kann man sich nicht beschweren. so. Dann kommt das da noch einmal weg. So. Dann verkaufen wir nochmal die Muscheln und morgen widmen wir uns dann dem anderen zurück. Was wir sonst noch alles haben was wir nicht brauchen. So. So. So wie in jedem Fall Zeit jetzt bezugeben. So. Gute Nacht. Das wie ein Geräusch. Der verklingt nach einer Hochzeit oder so. Voll der Lärm draußen. Hm. Unkraut. Nein. Nein.